Unbekannte haben in Sontheim im Unterallgäu einen Geldautomaten gesprengt. Er stand im Vorraum eines Supermarktes. Dies ist leider kein Einzelfall. Es war mitten in der Nacht, als die Täter zuschlugen. In Sontheim wurde gegen 2.30 Uhr am frühen Freitagmorgen ein Geldautomat in die Luft gesprengt. Tatort war der Vorraum eines Supermarktes in der Bahnhofstraße 4. Die Polizei geht von drei Tätern aus. Sie flüchteten mit einem dunklen Personenkraftwagen, vermutlich der Marke Audi, in bisher unbekannte Richtung. Am Gebäude selbst hat es offenbar großen Schaden gegeben. Der Einkaufsmarkt bleibt daher am Freitag, 30. September, den ganzen Tag geschlossen. Allerdings werden die Betreiber den Markt samt Bäckerei und Metzgerei bereits am Samstag, 1. Oktober, wieder öffnen. Schreiner haben den Eingangsbereich behelfsmäßig mit Holz verkleidet und eine Tür eingebaut. Zur Höhe der Beute machte die Polizei bisher keine Angaben.